Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Botter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederverlässiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktionen nur behindert! Es hat mit jedem nur ein festgelegten Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und da habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden in ihrem eigenen Blut zaufeln! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Nur die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!